Moin Moin, hier ist wieder euer Robin für euch. In meinen aller ersten Videos, die ich auf YouTube hochgeladen habe, war ich an meinen Lieblingspunkten in Ramsdorf. Hier bin ich an einem davon. Ja, dort noch in ungeschnittener Form. Heute mache ich mal ein kleines Video davon, an meinen Lieblingsstandorten, wo ich immer gerne die Zeit verbringe. Einer davon ist hier. Ja, jetzt gehen wir erstmal der Woche so Abend lang. Und ja, Ramsdorf ist wirklich schön. Die Sonnenstrahlen sieht man total im Video. Und ja, ich möchte mit diesem Video einfach zeigen, dass Ramsdorf wirklich schöne Ecken hat. Ich möchte auch hier nicht weg und diese Stadt auch nicht missen. Schaut mal, wie schön es ist. Und jetzt gehen wir zu meinem ersten Standpunkt, wo ich gerne bin. Ja, ich gehe jetzt immer weiter hier den Weg entlang. Viele schöne Blumen stehen am Wegesrand. Ein paar habe ich euch schon gezeigt. Und ja, schön ruhig. Heute ist es auch nicht so windig. Und hier im Schaden zu laufen ist auch ganz schön. Ja, die liegen, die ihr gerade gesehen habt. Und dort kann ich mich schön niederlassen. Und vielleicht kennt jemand diese Bänke. Sie sind, genau. Sie sind das Titelbild auf meiner Facebookseite Robins Leben. Übrigens, die Strahlung gerade hier in meiner Kamera sah total schön aus. Oder was meint ihr? Also ich muss sagen, echt schön die Sonnenstrahlen in der Kamera. Ja, und jetzt geht es zu meinem letzten Hotspot, wo ich mich entspannen kann. Ich zeige euch wirklich nur, wo ich wirklich zur Ruhe kommen kann. Deswegen gehe ich auch nicht in die Stadt von Ramsdorf, sondern bleibe hier. Bei uns im schönen Stadtwald. Dort ist es am ruhigsten. Und da kann man das Wetter genießen. So wie jetzt die schöne Sonne. Ja, das Wetter ist im Moment sehr traumhaft. Und ich hoffe mal das Wetter bleibt so. Hier ist mein Hotspot Nr. 1. Hier am Wasserwehr mit unserem kleinen Wasserfall in Ramsdorf. Hier kann ich mich entspannen. Und es ist schön ruhig. Das soll es auch schon gewesen sein. Denn Ramsdorf ist wirklich schön. Damit würde ich sagen, tschau mit V. Und vielleicht sieht man sich ja mal in der Stadt. Denn Ramsdorf ist ja die Stadt. Und fehlen ist das Dorf. Zwinker, zwinker. Ist nur ein Running Gag. Und die Fehlender wissen Bescheid. Tschüss. 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 Tschüss.